Herzlich willkommen zur Yoga-Übung für Anfänger, zur Entspannung für neue Energie und Lebensfreude. Lege dich auf den Rücken und entspanne dich. Die Füße liegen etwa 50 cm weit auseinander. Du kannst nach Belieben auch die Fußsohlen aufstellen und dein Kissen unter die Knie oder den Kopf legen. Hebe nun das Becken hoch, spanne Gesäß und unteren Rücken an. Lasse langsam wieder locker und entspanne. Hebe den Brustkorb hoch, der obere Rücken ist angespannt. Löse wieder langsam und spüre, wie der obere Rücken entspannt. Ziehe die Schultern hoch zu den Ohren. Spüre die Anspannung. Und lasse langsam wieder locker. Drehe den Kopf langsam zu einer Seite und zur anderen Seite und wieder zurück zur Mitte.